So ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich habe Breaking News für eFootball 2022. Ich habe sogar mein Video von heute Nachmittag auf heute Abend verschoben. Also für euch die positive Message. Das Video heute Abend wird sehr viel cooler als das, was ich euch jetzt zu sagen habe, aber der Reihe nach. EFootball und Konami haben ja wenigstens in den letzten Wochen, man kann im Prinzip sagen seit dem Update, was ja spielbar ist seit Mitte April, endlich auch in Social Media so ein bisschen wieder zu uns Fans und zu unserer Community zurückgefunden. Soll heißen, dass sie auch immer wieder mal Rede und Antwort stehen zu einigen Themen. Und das Ganze ist heute passiert. Das ist noch nicht allzu lange her. Ich möchte euch das gerne zeigen und ich weiß, dass einige von euch jetzt extrem enttäuscht sein werden, denn es geht um die Meisterliga. Und ihr habt es ja auch anhand meines Videotitels schon gesehen. Die Meisterliga wird verschoben werden. Das seht ihr hier. Und zwar hier oben seht ihr es ja. Ja, ich könnte jetzt natürlich hier mal reingehen und das Ganze machen wir mal alles vernünftig hier. Vielen Dank, dass Sie EFootball 2022 spielen. Wir haben viele Rückmeldungen und Fragen zu EFootball von unseren Benutzern erhalten. Und als Antwort möchten wir einige der geplanten Updates nach Version 1.1.0 und höher vorstellen. Finde ich einfach so erst einmal komplett lobenswert. Das finde ich total in Ordnung. Hier unten sind schon ein paar Antworten und einige Sachen, die sich dann hier wieder darauf beziehen. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen in der Logistik bleiben. Das ist eigentlich schon der wichtigste Part, den Sie hier beantwortet haben. Ich weiß, dass es bitter ist. Ich habe mich auch darauf gefreut, dass dieses Jahr im Herbst höchstwahrscheinlich die Meisterliga kommen würde. Aber ihr seht es jetzt hier. Wir gehen gleich in die Übersetzung dieses Tweets rein. Bezahlte Inhalte, die Anzahl der Teams, die in Ligen und Vereinsteams verwendet werden können, wird erweitert und als zusätzlicher kostenpflichtiger Inhalt bis Ende 2022 verteilt. Damit weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz viel anzufangen. Aber das wird für viele eine ganz bittere Nachricht sein. Und ich bin auch ein bisschen traurig darüber, muss ich sagen. Ich hätte gerne ab Herbst mit dem dann aktuellen FC Bayern nach der Transferphase, die ja ultraspannend wird für mich diesen Sommer, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ihr seht es jetzt hier selber schon, Meisterliga, also Masterliga wird im Laufe des Jahres 2023 als zusätzlicher kostenpflichtiger Inhalt verfügbar sein. Das heißt, Konami hat hier schon eigentlich mit dieser Aussage die Reißleine gezogen. Natürlich wissen wir alle nicht, ob es irgendwelche Probleme jetzt gibt oder gab oder ob man einfach den Fokus jetzt auch einfach auf Dreamteam legt, weil es schlicht und ergreifend um Geldverdienen geht. Ich finde aus halbwegs objektiver Sicht, auch wenn ich natürlich enttäuscht drüber bin, wenn ich das jetzt lese und euch hier auch in dem Video mitteile, muss man trotzdem sagen, ja ich weiß jetzt bitte auch nicht, warum jetzt hier in den Trends für dich auf der rechten Seite solche Worte hier stehen, kann ich euch nicht sagen. Können wir alle mal drüber lächeln. Aber um mal beim Thema zu bleiben, ich finde es natürlich auch schade, bin auch enttäuscht. Aber es wird schon seine Gründe haben, ob das jetzt nur rein taktische sind. Ich habe es ja gerade gesagt, denn mit der Meisterliga verdienen sie Geld und sie haben ja im Prinzip ein halbes Jahr Verdienstausfall bei der Weiterentwicklung gehabt. Sie wollten ab Ende September letzten Jahres mit dem Dreamteam-Modus und dem Spiel Geld verdienen. Halbes Jahr Entwicklung in solch einem Spiel mit entsprechenden Kapazitäten und auch Fokus drauf, kostet sicherlich einiges an Geld. Kann man vielleicht auch ein Stück weit verstehen, wenn die Entscheidung aus solchen Motiven heraus getroffen sein könnte. Wie gesagt, das ist jetzt nur spekulativ von mir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Konami da hinstellen wird und das Ganze auch jemals so zugeben wird, wenn es denn so wäre. Aber ich bin euch dieses Video schuldig und möchte euch darüber informieren. Und wir sehen jetzt hier noch den letzten Tweet, der hier so ein bisschen dazu dabei war. Wir werden das Spiel weiterhin als Reaktion auf ihr Feedback aktualisieren. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Muss man zumindest mal sagen, ich finde es sehr ehrlich von Konami, dass sie das jetzt kommuniziert haben. Denn man hätte auch sicherlich damit warten können bis in den Spätsommer, in den Herbst und hätte dann sagen können, wir müssen das geplante Meisterliga-Update leider verschieben auf 2023. Ich finde, jetzt stehen wir zumindest vor vollendeten Tatsachen. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Und zwar, ich lese immer wieder, dass Leute von euch nur offline und Liga spielen wollen. Den Dreamteam-Modus könnt ihr tatsächlich auch nur offline spielen und auch nur offline grinden. Natürlich habt ihr da nicht so viele Möglichkeiten wie jemand, der dort auch gerne online gegen andere Gegner spielt. Aber das funktioniert auch. Ihr könnt euch auch so ein Team zusammenstellen. Und was ich euch damit vermitteln möchte, ist eigentlich, dass ihr zumindest auch ein bisschen was das Spielen angeht, ja, also was die Updates angeht, was auf dem Platz angeht, ihr einfach ein bisschen auch im Saft bleibt. Vielleicht ja auch für den einen oder anderen von euch eine Möglichkeit, doch mal da rein zu schnuppern. Ihr müsst ja nicht unbedingt dort Geld in den Modus versenken, wenn ihr das nicht möchtet. Aber das funktioniert schon definitiv auch. Denn es gibt immer wieder auch offline Herausforderungen zu euren Teams. Und das eine kleine Info für die Leute von euch, die der Meinung sind, dass als Offline-Spieler dort gar nichts zu holen ist. Ganz, ganz wichtige letzte Nachricht noch von mir an euch. Wir sind seit einigen Tagen mit einem neuen Discord-Server zum Thema Sports Gaming am Start. Der Link ist unter dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr beitretet. Wir haben schon die ersten Mitglieder dort, auch die hier und da eine Diskussion begonnen haben. Wie gesagt, bitte bewertet das dort noch nicht über. Es ist alles im Aufbau und es soll auch ein Ding sein, was wir gemeinsam entwickeln wollen. Das soll heißen, dass ich jetzt euch nicht da alles vorkaue und ihr macht schön mit oder nicht. Sondern ihr dürft auch diese Sports Gaming Community dort gerne nach euren eigenen Wünschen entwickeln. Und wir schauen uns einfach mal die nächsten Wochen und Monate an, wie das Ganze so läuft. Kleiner Tipp am Rande. Wie gesagt, ansonsten schaut gerne in mein Video rein, was ich dann heute 18 Uhr veröffentliche. Ein sehr viel Positiveres. Es geht um das Update 1.1.0. Schaut es euch mal an. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten. Ansonsten Dankeschön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Mengagaming. Bye, bye.